Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebendige Pfeile ins Schicksal geschleudert werden. Der Schütze sieht das Ziel am Pfad der Unendlichkeit und er spannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile weit und schnell fliegen. Lasst die Hand des Schützes auf Entfaltung gerichtet sein. Sie gelingt durch Vernunft und Hinweise. Denn so wie der Schütze den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er einen Bogen, der fest ist. So wie der Schütze den Pfeil liebt, der schütze den Pfeil liebt,